Ich genieße es sehr, dass ich jetzt mit der neuen Transitram hierher fahren kann. Gerade mit den Kindern ist es sehr unkompliziert. Ich brauche kein Auto mehr und wir können tolle Ausflüge machen. Wir können zum Schwimmen herfahren, wir können spazieren gehen, wir können zum Spielplatz fahren. Es taugt mir einfach, weil ich ganz unabhängig mit den Kindern bin. Ich brauche keinen Parkplatz suchen und bin ganz schnell in der Stadt. Entweder ich gehe gleich zum See und kann mit den Kindern am See spazieren oder wir gehen an der Esplanade entlang. Wir können auch zum Schloss Ort rüber gehen. Wir gehen gerne am Seebahnhof spazieren, da ist auch ein toller Spielplatz. Wir gehen gerne schwimmen mit den Kindern. Ich genieße es sehr, weil ich jetzt mit der Transitram unabhängig hierher kommen kann. Die Kinder fahren auch sehr gerne mit der Bahn und ich kann ihnen während der Fahrt natürlich auch schöne Sachen zeigen. Und das ist gerade von den kleinen Orten sehr angenehm, dass ich dann herkommen kann.